Paris im Frühsommer 1941. Die Wehrmacht hat die französische Armee vor einem Jahr besiegt. Jetzt ist die Stadt ein beliebtes Ziel deutscher Soldaten. Für einen Urlaub. Die meisten Filme von damals sind schwarz-weiß. Mit wenigen Ausnahmen wurden sie für diese Dokumentation koloriert, um besser zu zeigen, wie die Menschen den Krieg erlebt haben. Der junge Leutnant August von Kagenek schreibt. Man hatte uns befohlen, makellos uniformiert aufzutreten und jeden Kontakt mit der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Der 85-jährige Marshal Philippe Pétain steht an der Spitze des französischen Reststaates Vichy-Frankreich, im unbesetzten Süden des Landes. Er hat sich mit Hitler arrangiert, sieht es als seine Pflicht, die französische Nation durch diese schwere Zeit zu führen. Doch damit spielt er nur den Besatzern in die Hände. Großbritannien ist nicht besiegt. Die deutschen Bomben konnten den Widerstand nicht brechen. Die Briten stehen hinter Premierminister Winston Churchill. Der baut auf die Hilfe des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Gerade zum dritten Mal wiedergewählt, erklärt er die neutralen USA zur Waffenkammer der Demokratie. Treibstoff, Munition, Waffen und Flugzeuge werden über den Atlantik geschickt. Eine gefährliche Reise. Deutsche U-Boote machen Jagd auf die Frachtschiffe und versenken immer mehr. Die Schlacht im Atlantik entwickelt sich zur Entscheidungsschlacht über das Schicksal Europas. Wenn nicht genügend Waffen und Hilfsgüter die britischen Häfen erreichen, droht England die Niederlage. Hitler ist begeistert vom Erfolg seiner U-Boote. Aber zugleich fürchtet er die Macht der USA. Er will daher schnell die Sowjetunion angreifen, sie in vier, fünf Monaten besiegen. Dann als Herrscher über Europa Großbritannien zu einer Einigung zwingen. Und wenn es zum Kampf gegen die USA kommen würde, sollte Deutschland in einer Position größter Stärke sein. Die Wehrmacht beginnt, Soldaten in den Osten zu verlegen. Mehr als dreieinhalb Millionen Mann. Auch Leutnant von Kargeneck hat den Marschbefehl nach Osten bekommen. Dort erlebt er, wie die SS die jüdische Bevölkerung behandelt. Er schreibt in sein Tagebuch. Einer der SS-Männer fragt mich, ob ich mal einen Juden sehen wollte. Sein Kamerad schleppt einen kleinen Kerl heran und fragt ihn, was hast du denn heute so geklaut? Als der nicht antwortet, bekommt er zehn Stockschläge. Ich kann es nicht fassen. Das soll unsere Herrschaft in diesem Land sein? Wir hatten schon von Übergriffen gehört, aber ich ahnte ja nicht, was das bedeutet. Es ist unmenschlich. Ich kann nicht glauben, dass wir dafür kämpfen und unser Leben geben sollen. Ende 1940 droht Hitlers Verbündetem, dem italienischen Diktator Benito Mussolini, eine militärische Niederlage. Hitler muss eingreifen. Die italienischen Truppen in Nordafrika sind den Briten unterlegen. Schon sind 40.000 Mann in Kriegsgefangenschaft. Um Mussolini vor einer kompletten Katastrophe zu bewahren, schickt Hitler einen seiner besten Strategen, Generalleutnant Erwin Rommel. Unter seinem Kommando wird eine Panzerdivision an der libyschen Mittelmeerküste abgesetzt. Frisch eingekleidet mit neuen Uniformen und Tropenhelmen. Ende Februar 1941 greift Rommels Panzerdivision die Briten in der Zyrenaika an. Ein schneller Sieg. Ein Blitzkrieg ist Rommels Ziel. Am 6. April 1941 rückt die Wehrmacht auch noch nach Griechenland vor. Zuvor war ein Einmarsch italienischer Truppen kläglich gescheitert. Die Wehrmacht besetzt die Balkanhalbinsel mit Griechenland und Jugoslawien innerhalb von drei Wochen. Aber dadurch hat Hitler Zeit verloren, die für den Überfall auf die Sowjetunion fehlt. Moskau am 1. Mai 1941. Der Tag der alljährlichen Militärparade. Stalin will die Deutschen beeindrucken. Sein Geheimdienst hatte ihn vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff der Wehrmacht gewarnt. Aber Stalin nimmt das nicht ernst. Er fühlt sich stark, nachdem er sich die baltischen Staaten und einen Teil Finnlands einverleibt hat. Auch deutsche Offiziere sind als Gäste geladen. Marschall Semyon Timoschenko, der neue Volkskommissar für Verteidigung, begrüßt sie militärisch korrekt. Später werden die Nationalsozialisten behaupten, angesichts der sowjetischen Aufrüstung sei man einem Angriff Stalins nur zuvor gekommen. In Wirklichkeit lässt Stalin noch immer kriegswichtige Rohstoffe ins Deutsche Reich transportieren. Seit dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Der Güterzug mit der letzten sowjetischen Lieferung fährt am 21. Juni 1941 ab. Mit 1000 Tonnen Weizen. Später am Tag passierte die Grenze Richtung Westen zu dem Teil Polens, den die Deutschen besetzt halten. Am nächsten Tag überschreitet die Wehrmacht die Grenze nach Osten. Es ist der Morgen des 22. Juni 1941. Der Überfall auf die Sowjetunion hat begonnen. 153 Divisionen marschieren. Das sind 3 Millionen deutsche Soldaten und 600.000 Verbündeterländer. Italiener, Finnen, Rumänen, Ungarn, Slowaken. Eine Streitmacht mit 3600 Panzern, 7000 Geschützen und 3000 Flugzeugen. Innerhalb von nur 24 Stunden zerstören deutsche Jagdflieger 1500 sowjetische Flugzeuge am Boden und weitere 300 in der Luft. Die sowjetische Luftwaffe ist schon zu Beginn des Überfalls so schwer getroffen, dass sie zur Verteidigung des Landes lange nichts beitragen kann. Und die Wehrmacht rückt auf einer 1500 Kilometer langen Front vor. Dabei hat sie drei Hauptziele. Im Norden Leningrad. Die Wiege der russischen, der kommunistischen Revolution, das ideologische Ziel. In der Mitte das politische Ziel. Moskau, Stalins Machtzentrale. Und im Süden das wirtschaftliche Ziel. Kiew und die rohstoffreiche Ukraine. Die sowjetischen Soldaten wehren sich verzweifelt. Bald müssen sie aber auf der ganzen Länge der Front zurückweichen. Die Rote Armee ist schlecht gerüstet und noch schlechter geführt, nachdem Stalin Ende der 30er Jahre viele hundert hohe Offiziere als Verräter hatte hinrichten lassen. Für die einfachen Soldaten beginnt dieser Krieg als Katastrophe. Und so wird es lange bleiben. Stalin ruft den großen vaterländischen Krieg aus. Elf Tage nach Beginn des Überfalls spricht er zum Volk. Tro paternischer Stasi! Mr. Stalin! Mr. Stalin! Mr. Stalin! Mr. Se mauvaiser! Mr. 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 Stalin gelingt es, den Patriotismus zu wecken und die Bereitschaft zum Kampf gegen die Deutschen zu mobilisieren. Zugleich lässt er die sowjetische Wirtschaft auf die Kriegsproduktion umstellen. Fabriken werden mitsamt ihren Arbeitern und Maschinen weit nach Osten verlegt, wo sie vor dem Feind sicher sind. Bauern müssen ihre Höfe verlassen und zuvor alles zerstören. Nichts soll der Wehrmacht in die Hände fallen. Eine Strategie der verbrannten Erde. Nach der größten Kesselschlacht der Weltgeschichte nimmt die Wehrmacht bei Kiew 665.000 Rotarmisten gefangen. Menschen, die die Nationalsozialisten als minderwertig, als Untermenschen ansehen. Mit schrecklichen Folgen. Im September 1941 besucht SS-Chef Himmler die Gefangenenlager. Es gibt keine Nahrung, keine Unterkunft, entgegen allen internationalen Konventionen. Und die Kriegsgefangenen sind nicht die einzigen, die nur der Tod erwartet. Juden werden von sogenannten Einsatzgruppen gejagt. Diese Mordkommandos treiben die Menschen in die Wälder, zwingen sie, ihre eigenen Gräber auszuheben und töten sie. In der Schlucht Babin Yar bei Kiew erschießen sie etwa 34.000 Juden. Zwei Tage dauert das Massaker, den 29. und 30. September 1941. Und das ist erst der Anfang. Himmler will viel mehr Menschen viel schneller umbringen lassen. Gas ist eine Alternative. Damit hat die SS schon in Deutschland Erfahrungen gemacht, beim Massenmord an Kranken. Jetzt soll Gas auch im Osten eingesetzt werden. Zunächst in Lastwagen. Tod durch Motorabgase. Im Norden rückt die Wehrmacht auf Leningrad vor, das frühere St. Petersburg. Die Stadt mit ihren drei Millionen Einwohnern richtet sich auf die Verteidigung ein. Doch die Deutschen fürchten Kämpfe in den Straßen der Metropole. Sie wollen die Stadt von außen zur Aufgabe zwingen und beschießen Leningrad bei Tag und bei Nacht. Die Belagerung wird 900 Tage dauern und 900.000 Menschen das Leben kosten. Im Süden des Landes, in der Ukraine, lassen die Lanzer es sich gut gehen. Leutnant von Karginek schreibt nach Hause. Wir leben hier wie die Maden im Speck. Hier gibt es alles. Eier, Butter, Obst, Milch und sogar einen ausgezeichneten Rotwein von der Schwarzmeerküste. Die ukrainischen Frauen lachen uns immer nur an. Sie bringen uns Brot und Honig. Sie können uns zwar nicht verstehen, aber für sie sind wir die Befreier. Und tatsächlich haben die Ukrainer gute Gründe, die Russen zu hassen. Anfang der 30er Jahre führte Stalins Politik zu einer schrecklichen Hungersnot, bei der drei Millionen Menschen ums Leben kamen. Anfang Oktober 1941, der Krieg gegen die Sowjetunion dauert keine vier Monate, scheinen die Deutschen vor dem Sieg zu stehen. Aber jetzt kommt der Herbst und mit ihm Regen, Schlamm und Morast. Der Vormarsch der Wehrmacht bleibt stecken. Damit hat niemand gerechnet. Dann kommt die Kälte. Dafür ist die Truppe nicht ausgerüstet. Hitler und seine Generäle haben Millionen Soldaten in die Sowjetunion geschickt, ohne an den Winter zu denken. Sie glaubten fest an ihren Plan, das Riesenreich in vier bis fünf Monaten in die Knie zu zwingen. Ein verhängnisvoller Fehler. Im Winter fallen hier die Temperaturen bis auf minus 40 Grad. Es geht nur noch sehr langsam voran. Um jedes einzelne Dorf wird verbissen gekämpft. Und die Kälte fordert täglich neue Opfer. Zur Kälte kommt ein permanenter Durchfall. Als Schutz gegen Erfrierungen sollen die Männer ihre hintere Hosenaht aufschneiden, um nicht die Hosen ganz herunterziehen zu müssen. Die Moral der Truppe sinkt auf den Nullpunkt. Zur selben Zeit können die Soldaten des Deutschen Afrika-Kors auf ihren Panzern Spiegeleier braten. Aus den Lautsprechern schallt dazu Lili Marleen. Aber auch in der Wüste ist der Krieg festgefahren. Generalfeldmarschall Erwin Rommel muss seinen Vorstoß nach Ägypten unterbrechen. Es gibt Schwierigkeiten mit dem Nachschub an Treibstoff und Nahrung. In der Sowjetunion erreichen deutsche Panzer die Vororte von Moskau, 30 Kilometer vom Zentrum entfernt. Es ist der 2. Dezember 1941. Im Kreml harrt Stalin aus. Er verlässt die Stadt nicht. Moskau ist noch nicht gefallen. Die Verteidigung der sowjetischen Hauptstadt liegt in den Händen von General Georgi Zhukov. Das Glück ist auf seiner Seite. Durch einen Spion weiß er, dass Deutschlands Verbündeter Japan die Sowjetunion nicht angreifen wird. So kann Zhukov sibirische Divisionen gefahrlos aus dem fernen Osten nach Moskau beordern. Diese Soldaten sind für den Kampf in Eis und Schnee trainiert und ausgerüstet. Nun machen sie Jagd auf die unvorbereiteten Deutschen. Zhukov will den Feind vor Moskau einkesseln, ihn mit seinen eigenen Methoden schlagen. Zum ersten Mal muss sich die Wehrmacht im Osten zurückziehen. Die Rote Armee treibt sie vor sich her. Im Dezember 1941 werden 50.000 deutsche Soldaten getötet oder sind vermisst. Die Rote Armee und die ganze Welt beobachten diesen Krieg gebannt. Die Wehrmacht ist nicht unbesiegbar. 57.000 Deutsche werden gefangen genommen und nach Sibirien gebracht. Für die meisten von ihnen bedeutet das den Tod. Die sowjetische Winteroffensive hat die Wehrmacht fast 200 Kilometer zurückgedrängt. Hitler entlässt reihenweise Generäle und übernimmt am 19. Dezember selbst die Heeresführung. Er verlangt von den Soldaten fanatischen Widerstand in ihren Stellungen. Die versuchen verzweifelt gegen General Winter zu kämpfen. Die geschwächten und erschöpften Verbände müssen eine Frontlinie von 1800 Kilometer Länge halten. Und es gelingt. Die Deutschen bleiben in Russland. Zur selben Zeit nehmen japanische Großkampfschiffe Kurs auf Hawaii. Der Kapitän lässt seine Männer zum traditionellen Sake-Umtrunk antreten. Ihr Auftrag, den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii anzugreifen. Hawaii liegt 5000 Kilometer von Japan entfernt mitten im Pazifik. Admiral Yamamoto will die dort stationierte US Navy ausschalten. Am frühen Morgen des 7. Dezember 1941 starten Torpedobomber von den Flugzeugträgern. Kurz vor dem Ziel kommt über Funk das Codewort Tora, Tora, Tora. Angriff mit Torpedos um 7.49 Uhr. Die Aktion kommt für die Amerikaner völlig unerwartet. Es ist Sonntag, der hier bisher ganz unmilitärisch als Ruhetag begangen wurde. Die Japaner schlagen ohne vorherige Kriegserklärung zu. Ein Überfall. 2.400 Tote auf amerikanischer Seite und 1.178 Verwunderte. Die Angreifer verlieren 65 Mann. Die japanischen Piloten hatten fünf Monate lang trainiert. Mit Angriffen auf einen exakten Nachbau von Pearl Harbor. So brauchten sie nur 20 Minuten, um die amerikanischen Schiffe zu zerstören. Am nächsten Tag spricht Präsident Roosevelt vor dem Kongress. Yesterday, December 7th, 1941. A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Am selben Tag greifen die Japaner Hongkong an, die britische Kolonie in China. Kurz darauf bombardieren Japaner amerikanische Luftwaffenstützpunkte auf den Philippinen und erobern die Halbinsel Batan. Japan hatte bereits Militärbasen in China eingerichtet und die britischen Kolonien Burma und Malaya eingenommen. Es folgte die niederländische Kolonie Sumatra. Schließlich bedrohen Japaner auch Indien und Australien. Wenige Monate zuvor hatte Frankreich seine Militärbasen in Indochina an Japan abtreten müssen. Nach der Niederlage gegen Deutschland, den Verbündeten Japans. Das hatte schwerwiegende Folgen. Denn die USA stellten daraufhin ihre Öllieferungen ein. Japan braucht aber nichts dringender als Rohstoffe. Es hat sich militärisch und wirtschaftlich rasant entwickelt. Die Eroberungen sollen die Rohstoffversorgung sichern und die eigene Herrschaft über die Staaten des Pazifik. Japan verfügt über eine hochgerüstete Panzerarmee. Und das Land besitzt die drittstärkste Flotte der Welt mit zehn Flugzeugträgern und modernsten Kampfflugzeugen. Die Streitkräfte zählen zwei Millionen Mann. Die japanische Armee hat bereits unvorstellbare Verbrechen begangen. 1937 ermordete sie im chinesischen Nanking 300.000 Menschen. Dann paradierte sie in der verbotenen Stadt in Peking, dem chinesischen Kaiserpalast. Alles im Namen ihres Kaisers Hiroito, den 124. Tenno. Er ist 40 Jahre alt und gilt den Japanern als Gott. Doch er regiert das Land nicht. Die eigentliche Macht liegt in den Händen des Militärs. An der Spitze steht General Hideki Tojo mit seinen Ultranationalisten. Am 7. Dezember 1941, dem Tag des Überfalls auf Pearl Harbor, spricht er zum japanischen Volk. Seine Rede wird im ganzen Land übertragen. Japanische Soldaten Soldaten werden von klein auf in der Tradition des Bushido erzogen, der Kunst zu töten und getötet zu werden. Bushido ist der alte Ehrenkodex der Samurai. Er fordert Loyalität, Treue und äußerste Hingabe zu ihren Herren. Mit diesen Idealen kämpfen japanische Soldaten in Todesverachtung und mit äußerster Grausamkeit. Sie fürchten nichts als einen ehrlosen Tod. Von diesem Feind haben die Amerikaner das Schlimmste zu erwarten. Nach ihrer Niederlage auf den Philippinen kommt es zum Todesmarsch von Bataan. Ein amerikanischer Kriegsgefangener erinnert sich. Wir mussten zehn Tage und Nächte marschieren, ständig geschlagen, ohne Essen und Trinken. Die, die es nicht schafften, wurden von den Wachen mit dem Schwert geköpft. Die amerikanischen Gefangenen werden in riesige Lager eingepfercht. Wer nicht an Hunger, Durst und Krankheiten zugrunde geht, muss Zwangsarbeit verrichten. Am 10. Dezember 1941 starten japanische Kampfflugzeuge früh am Morgen. Ihr Ziel? Zwei britische Kriegsschiffe auf dem Weg nach Singapur. Der altgediente Schlachtkreuzer Repulse und eines der modernsten Schlachtschiffe seiner Zeit, die Prince of Wales. Beide werden von den Japanern versenkt. Ein Schock für Großbritannien. Das Ende des Mythos von der Herrschaft über die Weltmeere. Am darauf folgenden Nachmittag, den 11. Dezember 1941, begibt sich Hitler in den Reichstag. Die oberste Nazi-Führung ist dort versammelt. Auch ein hoher Vertreter Japans ist anwesend. Vor diesem Publikum erklärt Hitler den USA den Krieg, dem wirtschaftlich stärksten Land der Welt. Der Krieg ist zum Weltkrieg geworden. Doch Hitler gelingt es, seine Zuhörer zu begeistern. Präsident Roosevelt hatte seinen Wählern lange zeigen können, dass er sie nicht leichtfertig in einen Krieg führt. Jetzt muss er eingreifen. Mit ihm zusammen ist Churchill siegessicher. Unter General Arthur Harris, genannt Bomber Harris, entsteht eine gewaltige Luftflotte. Der Plan, deutsche Fabriken und Wohngebiete zu bombardieren. Möglichst viel zerstören, möglichst viele Menschen töten. Harris ist sicher, den Krieg allein aus der Luft gewinnen zu können. Seine Strategie stößt auf Kritik. Sie ist verlustreich und kostet extrem viel Ausrüstung und Männer. Doch sie beginnt zu wirken. Am 8. März 1942 wird Essen bombardiert. Eine der großen deutschen Waffenschmieden. Jetzt hat der Krieg, den Deutschland entfesselt hat, alle Deutschen erreicht. Mit fürchterlichen Folgen. Im Januar 1942 wird auf einer Konferenz am Berliner Wannsee unter der Leitung von SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich der industrielle Massenmord an Millionen Juden beschlossen. Die sogenannte Endlösung der Judenfrage ist die letzte Konsequenz aus Hitlers Rassenhass. Sechs Millionen europäische Juden werden bis Kriegsende ermordet. Anfang 1942 ist die Phase der größten Machtentfaltung Deutschlands und Japans. Die Wehrmacht hat Ägypten erreicht und weite Gebiete der Sowjetunion erobert. Die Japaner beherrschen den Pazifik und deutsche U-Boote versenken im Atlantik zahllose Schiffe. Bansai. Lang lebe der Kaiser. In wenigen Wochen hat Japan die alliierten Streitkräfte geschlagen und jubelt nun dem Regierungschef General Tojo und dem Tenno zu. Aber mit dem Kriegseintritt der USA kommt es nun zum Kampf gegen eine Großmacht, die zur Weltmacht werden wird. Millionen Männer melden sich zum Militärdienst, Millionen Frauen zur Arbeit in der Rüstungsindustrie. Präsident Roosevelt setzt seinem Land enorme Produktionsziele. 60.000 Flugzeuge, 75.000 Panzer, 10 Millionen Bruttoregistertonnen Schiffsraum. Die USA brauchen dringend einen ersten Erfolg in diesem Krieg, um den Menschen zu zeigen, dass der Kampf sich lohnt. Ein riskanter Plan wird gefasst. Der Flugzeugträger Ornett nimmt Kurs auf Japan. Mit 16 Army-Bombern an Bord. Nie zuvor sind diese zweimotorigen Maschinen von einem Flugzeugträger gestartet. Ein Wagnis. Und es gelingt. Am 18. April 1942 hebt die Staffel ab. Ihr Ziel? Tokio. 16 Tonnen Bomben fallen auf die Stadt. Viel richten sie nicht aus, aber die psychologische Wirkung ist enorm. Japan ist nicht unangreifbar. Acht Amerikaner stürzen über Japan ab und werden gefangen genommen. Drei von ihnen werden hingerichtet, fünf zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Japaner wollen daraufhin Pearl Harbor besetzen und auch die Midway-Inseln, einen weiteren US-Marine-Stützpunkt. Doch die japanische Führung ahnt nicht, dass ihr Funkcode entschlüsselt ist und die Amerikaner so über den geplanten Angriff informiert sind und sich darauf vorbereiten. Am 3. Juni 1942 nähert sich die japanische Flotte den Midway-Inseln. 200 Schiffe, darunter acht Flugzeugträger mit beinahe 600 Flugzeugen. Aber ein zweites Pearl Harbor wird es nicht geben. Auch 5000 Marineinfanteristen sind dabei für den Kampf an Land. Auf den drei amerikanischen Flugzeugträgern machen sich die Piloten bereit. Sie starten gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Feind. Trotz aller Vorbereitung. Den USA droht ein Debakel. Die japanische Luftabwehr schießt ein Flugzeug nach dem anderen ab. Dann aber gelingt es durch Zufall, einer Staffel von 37 US-Bombern zu den japanischen Flugzeugträgern durchzudringen und vier zu versenken. Der bisher schwerste Schlag gegen den mächtigen Feind. Ein japanisches U-Boot kann den US-Flugzeugträger Yorktown versenken. Dennoch haben die USA diese Seeschlacht gewonnen. Die Überlegenheit der Japaner im Pazifik ist unter großen Verlusten der USA gebrochen. Die toten US-Soldaten werden dem Meer übergeben. Sie können nicht in die Heimat zurückgebracht werden. Die USA brauchen nun Stützpunkte nahe dem japanischen Kernland als Basis für Angriffe. Guadalcanal mit seinem Flugplatz erscheint geeignet. Am 7. August 1942 wird die Insel zunächst sturmreif gebombt. Dann landen die Marineinfanteristen. Es ist die erste große amerikanische Invasion dieses Krieges. Japanische Soldaten laufen mit Bajonetten gegen Maschinengewehre an. Sie opfern sich in sinnlosen Angriffen. Die Amerikaner gewinnen die Oberhand. Es gelingt ihnen schließlich, den Flugplatz der Insel einzunehmen. Sie bauen ihn nun weiter aus für ihre eigenen Marineflieger. Dann beginnt eine Seeschlacht vor der Insel. Der japanische Nachschub soll abgeschnitten werden. Doch einem japanischen Elite-Regiment gelingt es, an Land zu kommen. Der Kampf um die Insel Guadalcanal soll noch sechs Monate andauern, bis zum amerikanischen Sieg. Ein Zermürbungskrieg. Im Frühjahr 1942 versenken deutsche U-Boote vor der amerikanischen Ostküste 200 Schiffe mit insgesamt über einer Million Tonnen. Tanker und Frachter mit kriegswichtigem Nachschub für Großbritannien. Es ist das Unternehmen Paukenschlag. Wegen des unzureichenden Küstenschutzes in den USA und mangelnder Verdunkelung sind die Schiffe hier ein leichtes Ziel für Hitlers graue Wölfe. Nachts tauchen sie auf und gehen auf die Jagd. Durch ihre Seerohre filmen sie die Lichter von New York. Dort warnen Rundfunk und Presse vor deutschen Luftangriffen. Doch große Flugzeuge konnten damals Amerika von Europa aus noch nicht erreichen. Dennoch wird die allgemeine Verdunkelung angeordnet. In der Sowjetunion kann die Wehrmacht im Sommer 1942 wieder zum Angriff übergehen. Hitler und seine Generäle verfolgen eine neue Strategie. Sie planen eine riesige Zangenbewegung, um die Ölfelder des Kaukasus zu erobern. Zugleich soll Generalfeldmarschall Rommel die Ölfelder im Nahen Osten einnehmen. Öl schmiert die Kriegsmaschinerie. Wehrmachtsverbände dringen tief in die endlosen, staubigen Steppen am Rande des Kaukasus vor. Sie sollen bis zur persischen Grenze vorstoßen, von wo aus die Amerikaner Nachschub in die Sowjetunion liefern. Sie werden nie bis dorthin kommen. Winston Churchill und der amerikanische Sonderbotschafter Avril Harriman treffen im August 1942 in Moskau ein. Churchill zeigt den Kameras sein berühmtes Victory-Zeichen. Sieg. Aber die Forderung Stalins, endlich im Westen eine zweite Front zu eröffnen, kann er nicht erfüllen. Und auch Harriman verspricht nur mehr Lieferungen von Waffen und Nahrungsmitteln. Die Sowjetunion muss weiter allein gegen die Deutschen kämpfen. In dieser Situation wehren die Russen den Feind mit allen Mitteln ab. Sogar Hunde werden als Waffe gegen Panzer eingesetzt. Man bringt ihnen bei, ihr Futter immer unter großen Fahrzeugen zu suchen. Und bindet ihnen Sprengsätze auf den Rücken. Wenn die Tiere unter herannahende Panzer laufen, löst ein Hebel die Explosion aus. Doch die Deutschen rücken unaufhaltsam weiter vor. Die Soldaten der 6. Armee von General Friedrich Paulus erreichen die Bahnlinie zwischen Moskau und Stalingrad. Sie folgen ihr bis Stalingrad. Die Schlacht beginnt. Sie wird 5 Monate andauern. Deutsche Sturzkampfbomber starten, um Stalingrad zu zerstören. Die große Industriestadt an der Volga mit ihrem Stahlwerk und einer Geschützfabrik. Und mit 600.000 Einwohnern. Deutsche Bomben töten dabei tausende Zivilisten. Stalingrad. Das ist ein schier endloser Kampf. Straße um Straße, Haus um Haus. Schließlich aber nehmen die deutschen Truppen die höchste Erhebung ein. Den Mamaie-Fügel. Von dort aus kontrollieren ihre Geschütze Stalingrad. Die Rote Armee hält nur noch einen schmalen Landstreifen an der Volga. General Paulus informiert Hitler, dass die Hakenkreuzfahne jetzt über Stalingrad weht. Hitler, seine Generalität, die Nazi-Führung. Sie alle sehen den Sieg in greifbarer Nähe. Und Hitler lässt sogar schon eine Gedenkmedaille prägen. Für seine Helden von Stalingrad. Zu früh, wie sich bald zeigen wird. Untertitelung des ZDF, 2020